Kundendaten einfach und schnell mit digitalen Postleitzahlengebieten sichtbar machen? Wie das geht, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Mein Name ist Marcel Körmann und ich bin Consultant bei der WGOGIS. Sie sehen hier das kostenfreie GIS-Tool QGIS. Wir wollen nun unsere Kundendaten in Postleitzahlengebieten sichtbar machen. Dazu habe ich als Vorbereitung bereits ein Shapefile mit digitalen Postleitzahlengrenzen und eine Excel-Liste mit Kundeninformationen in unser Projekt geladen. Diese sehen Sie hier. Aber bevor wir anfangen, schauen wir uns noch einmal kurz die Excel-Liste an mit unseren Daten. Ich habe hier eine Postleitzahlen-Liste von Berlin mit den zugehörigen Einwohnern und unserer Anzahl an Kunden. Diese ist bereits hier schon in QGIS hineingeladen. Im ersten Schritt wollen wir jetzt natürlich unsere Postleitzahlengebiete mit unseren Excel-Daten verbinden. Dazu klicke ich rechts auf unser Shapefile und wähle hier Eigenschaften aus. Hier geht ein neues Fenster auf, wo ich hier direkt auf eine neue Layer-Verknüpfung klicke. Dazu verbinde ich unsere Postleitzahlenspalte aus der Excel-Liste mit der Postleitzahlenspalte aus unserem Shapefile und klicke auf OK. Dadurch wird direkt eine Verbindung zwischen den zwei Datensätzen hergestellt. Im nächsten Schritt will ich das Ganze natürlich noch schön symbolisieren und visualisieren auf meiner Karte. Dazu gehe ich hier auf Symbolisierung und klicke hier auf eine abgestufte Layer-Symbolisierung. Hier wähle ich noch meinen Wert aus, der auf der Karte dargestellt werden soll. In unserem Beispiel sind das die Kunden. Im letzten Schritt klicke ich hier noch auf Klassifizieren und im Hintergrund wird automatisch eine Klassifizierung durchgeführt. Von wenig Kunden hier weiß dargestellt, zu vielen Kunden hier dunkelrot dargestellt. Im letzten Schritt klicke ich noch auf OK und sehe schon wie das Ganze in Berlin mir angezeigt wird. Ich sehe nun hier im dunkelroten Bereich habe ich viele Kunden, im hellweißen Bereich habe ich eher weniger Kunden. Das war es auch schon zu unserem Postleitzahlen Video. Mehr Informationen und auch Links zu digitalen Postleitzahlen finden Sie übrigens im Text unter diesem Video. Mehr Tutorials rund um das Thema GIS und digitale Karten gibt es natürlich auch auf unserem YouTube Channel. Ich freue mich, wenn Sie unseren Channel abonnieren und ihn teilen. In diesem Sinne Servus und bis zum nächsten Mal.